Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Damen und Herren, ich habe euch schon erwartet. Liebe Leute, mein Name ist Franz Stoll. Hier ist mein Wohnzimmer. Und hier hat meine Frau so schön gesungen. Liebe Leute, hier ist mein Aufenthaltsraum. Ich war der erste, die Elektrizität im Haus hatte. Ich war der erste, die Elektrizität im Haus hatte. Auf dieses Bild bin ich ganz besonders stolz. Es war mein großer Volk. Und so heute wirklich wurde mein Haus bombardiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Mein ganz chinesisches Belief wurde zerstört. Es ist genug von mir. Was meint ihr über der Hochistallah, der sich bei mir eingenistet hat? Schaut euch diese Revolver an. Cornelius Volker, diese moderne Pistovieser. Die Jugend heute zu Tage. Wie kommen wir bloß auf die Idee, eine Tafel Schokolade zu mahlen? Aber die Jugend hat schon talent. Es sieht zum Anweis aus. Meine Damen und Herren, es hat mich gefreut, euch kennengelernt zu haben. Danke, auf Wiedersehen.